Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Claudia Steinberger und ich bin die Geschäftsführerin der Firma Marlowe's Boutier. Ich freue mich, dass Sie alle mit unseren Produkten jetzt hier schon so fleißig arbeiten und gerne möchte ich heute mit Stephanie Zapp, die unsere Trainerin ist, Ihnen heute ein bisschen erstmal über die Firma erzählen, was wir tun und dann natürlich auch tiefer in die Produkte einsteigen. Ich bin sehr glücklich, dass Sie alle mit unseren Produkten jetzt hier arbeiten, mit unseren Produkten hierheren. Ich begrüße Sie hier bei Ihnen, Claudia Zapp, die Sie Stefanie Zapp, die Sie noch mehr über die Produkte von Marlowe's Boutier. Die Firma Marlowe's wurde vor über 30 Jahren in Karlsfeld bei München gegründet. Und wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren in professionell mit hauptpflege und decorativer kosmetik. Und wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren in Bayern. Genau, München, wie Sie schon gerade gesagt haben, liegt eben in Bayern und ist ganz bekannt eben einmal für seine Autos werden da produziert der BMW. Aber was derzeit ganz bekannt ist eben das Münchner Oktoberfestes jedes Jahr im September Oktober stattfindet ganz viel Bier. Ja, bei uns arbeiten eine firma rund 60 Mitarbeiter und wir haben auch alle Abteilungen am Steilung, Ja, wir arbeiten mit unserem 매� alt. Das ist nun ein Stück versteht. Danke, danke. Ja. Und da ist nochmal ein Stück weit über Jesus. Bei uns arbeiten wir in der Firma 60 Mitarbeiter und wir haben alle Abteilungen am Standort. In München gibt es Marketing, Produktentwicklung, unser Labor, unsere Apfelstation, unser Lange. Also alles passiert wirklich zentral in Karlsruhe bei München. In München, in Deutschland arbeiten wir mit insgesamt 3000 Beauty Instituten für die Diener und die Dekorativen Böse zusammen. Ở Tại nước thì chúng tôi đã làm có mạng lưới là với hơn 3.000 các thẩm bộ viện và các hợp viện chăm sóc dưỡng gian. Und international sind wir in über 30 ländern, denn der Welt mittlerweile schon vertreten. Hier in Vietnam, freulicherweise eben auch. Aber natürlich in Europa, in unseren mạng ländern, Österreich, Schweiz, Niederlande, Finnland, Romania, Polen. Und in ASEAN, für uns geht es dann weiter eben auch noch Malaysia, nach Singapore und China und so weiter. Về các đối tác nước ngoài thì Malovins có hơn 30 đối tác, hơn 30 đối tác nước trong nhau. Ở Việt Nam, trong đó phương Châu Á, có Việt Nam. Bên cạnh Việt Nam thì có Malaysia, Singapore, Trung Quốc. Còn ở châu Âu thì có rất nhiều các nước lần cạnh với Đức, ví dụ như Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan và một số các nước Bắc Âu. Ja, leider funktioniert ja unser Computer noch nicht. Sonst hätten wir jetzt gesehen, hier haben wir ein bisschen aufgezeigt, so die Meilensteine, was in der Firma über die Jahre, in den 30 Jahren alles passiert ist. Und es war zum einen mal eben 1997 die Gründung der Firma. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann gleich, als eine der ersten Firmen weltweit die Camouflage als Programm aufgenommen, sehr wichtiges, decoratives, für unseren Sortiment Camouflage, mit der man, mit der man, Haut Anomalien, Narben, etc. aufgett. Rất là tiếc là cái máy Computer này hiện nay nó chưa hoạt động được, nhưng mà tôi có thể giới thiệu về các cái cột mốc, các cái dấu mốc quan trọng phát triển của công ty, từ những cái thời kỳ mới phát triển bây giờ, và tới hiện nay là có những cái sản phẩm mới mà còn đạt được các cái giá trị mà công nhận trên thế giới. Als wir dieses Produkt eben auf dem Markt bekommen haben, dann sind wir auch gleich das erste Mal ausgezeichnet worden von einem der größten Fachmagazine in Deutschland und haben den Preis für das Produkt des Jahres gewonnen. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn của cái công ty mà chuyên môn đánh giá về cái chất lượng của cái lĩnh vực này mà của Đức, mà người ta luôn trao đặt. 2012 haben wir dann wieder eine auszeichnung bekommen, eine sehr schöne, nämlich als die beste decorative cosmetic marke auf dem deutschen Markt. Năm 2012 thì chúng tôi cũng đạt được cái giải thưởng rất là cao của Đức về trong cái lĩnh vực mà thẩm mỹ và bảo dưỡng ra. Ja, so wie es aussieht, werden wir ihn dieses Jahr auch wieder gewinnen weil wir unter den ersten 3 nominierten sind. Freunde und schon. Ja. Và tôi nhìn nhận là hi vọng hôm nay chúng tôi cũng đạt được cái giải thưởng đấy bởi vì là chúng tôi là nằm trong đầu, top đầu của 3 cái đơn vị được đề cực. Ja, und vor 2 Jahren haben wir dann unseren ersten flagship store unseren ersten eigenen Laden eröffnet und zwar in Berlin. Berlin ist die Hauptstadt in Deutschland und da wollten wir eben auch ganz gerne präsent sein und haben uns dann eben entschieden für einen shop mit 200 Quadratmetern in der Friedrichstraße das ist in ehemaligen Osten der Stadt und auch ein sehr wichtiges zentraler Platz in Berlin. Cách đây 3 năm thì chúng tôi đã khai trương một cái cửa hàng gọi là Flat Steve Store ở thủ đô Berlin. Berlin là thủ đô của nước nước mà chính vì thế nó là một cái vị trí rất là quan trọng. Và chúng tôi đã mở cửa hàng đấy với cái diện tích là 200m2 và ở cái khu vực là ngày xưa nó vùng phía đông Berlin. Thì đây là vì thực sự là Berlin là thủ đô cho nên là cái vị trí là cái cửa hàng nó rất quan trọng trong cái chế lượng phát triển. Vì sao chúng tôi muốn mở các cái cửa hàng này bởi vì cũng giống như các bạn thôi chúng tôi muốn là mình có cái mối quan hệ gần vũi hơn với khách hàng. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm các cái phản ứng của các khách hàng cũng như là các cái tác dụng tịch v ciert trong những cái thức nó rất là nhưng không ngay nữa ngay. Vì. Trong đóng như là những cướng thức các khách hàng đó là các khách hàng của tôi muốn báo dài Wir sind seit über 30 Jahren auf dem Markt und alle diese Erfahrungen in den 30 Jahren können wir natürlich in unsere Handlung und in die Produktentwicklung einfließen lassen. Wir werden noch mit Stefanie arbeiten, weil wir über 30 Jahre lang haben, dass wir immer lắng nghe die Erfahrungen der Kunden und die Erfahrungen haben. Was uns besonders wichtig ist bei der Produktentwicklung, dass wir zum einen traditionelle Bewertung mit dem Unternehmen einsetzen. Und diese mit den neuesten, innovativen Wirkstoffen, die auf dem Markt zu ermöglichen sind, funktionieren. Chúng tôi thì là với cái phương châm, tức là chúng tôi luôn bám sát vào các phương pháp phổ truyền, die đồng thời là phát triển thêm các phương pháp hiện đại. Và chúng tôi luôn luôn gắn kết 2 phương pháp hiện đại phổ truyền với nhau. So, und es heißt für uns einfach, dass wir wirklich alle Aspekte der klegung und kosmetik in unserer Marke vereinen. Wir haben zum einen eben hoch effektive behandlungen, wie wir mit den neuesten Wirkstoffen, wie Keptide, Püro, etc. arbeiten, um die besten Resultate zu erzielen. So, wie Sie sehen, dass wir in diesem Bereich phát triển rất là nhiều công nghệ, rất là cao, với các cái sản phẩm rất là hữu ích trong cái việc làm. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Meditative Skincare, also heißt, Produkte, die wir in einsatz mit verschiedensten Geräten verwendung können, also wenn Sie hier Ultraschall verwendung, Mesoterapie oder Nidl, sprich, wirkstoffe tiefer in die Haut einbringment als bei der Herk, nämlich in der Herk. Und dafür bietet mal übrigens verschiedene Variationen und Möglichkeiten an. Und ganz wichtig ist natürlich neben dem Aspekt der Effektivität, dass wir Resultate, tolle Resultate in Alkabinien ziehen wollen. Aber auch dieser Wohlfühl-Fakt, für den nennen des Okkuling-Treatments, will also sagen, dass wir mit sehr angenehmen Duftstoffe arbeiten, Konzepte entwickeln, wo der Kunde sich wirklich entspannen kann, wenn er eben im Studio kommt, auch so eine kleine Auszeit von Stress und Ektik aus dem Innerkabinien tun wird. Tức là, ở đây, chúng tôi là, có cái phương pháp mà, có cái Sản phẩm, mà người ta sử dụng Sữa Dừa, thì nói chung là làm để cho, mang đến những cái điều mà dễ chịu nhất cho khách hàng. Khi mà người ta bước vào cái cabin, vào các cái phòng, thì người ta cảm thấy cái sự dễ chịu và thoải mái nhất. Ja, unser Standard, oder unser Produkt Standard, ist uns sehr wichtig, für die besten Resultate. Verwenden wir selber auch nur Dinhallstoffe, von denen wir persönlich überzeugt sind. Wir testen alles aus. Das ist nicht so schön, denn wir testen auch Dinge aus, die haben nicht so gut vertrek, die kommen natürlich nicht in unsere Produkte, aber wir Mitarbeiter müssen das ausprobieren. Tức là những cái Sản phẩm của chúng tôi, thì phần lớn là chúng tôi, chính chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi là những người thực hiện đầu tiên. Vì chúng tôi muốn biết là cái Sản phẩm của mình, trước khi đưa ra khách hàng, thì nó được cảm nhận như nào. Nhưng mà đôi khi là có những cái kết quả, nó cũng không được là như mong muốn. Thì đương nhiên, với những cái trường hợp như thế, thì chắc chắn là những cái Sản phẩm của tôi là cũng được đưa ra thị trường. Und damit vielleicht auch manchmal so, dass die vieles ausprobieren müssen. À, ở đây, chính là các bạn cũng thấy là, có thể là các bạn cũng có những cái cơ hội mà chính các bạn cũng được thực hiện với các Sản phẩm của mình. Và có khi là, có khi là, có khi là nó cũng không phù hợp cho mình. Und was uns wichtig ist eben, dass wir wirklich auf die Qualitäten sehr großen Wert legen. Also wir nur Inhaltsstoffe verwenden, die auch getestet sind, wirksamkeitsgetestet, die wir wirklich versprechen können, wir gibt es ein Resultat, wenn Sie das verwenden. Alles wird ausreichend getestet an, man nennt das an Bivo-Test, an leben Personen, und die Produkte in der Pflege kommen eben anders. Tức là, chúng tôi với cái phương châm, tức là cái chất lượng của chúng tôi đều phải được đưa lên hàng đầu. Tức hết là đưa lên hàng đầu. Và tất cả các cái sản phẩm trước khi được đưa ra thị trường thì đều được thử nghiệm. Và nó phải có, đảm bảo được cái tính chất an toàn nhất cho người sử dụng. Và đồng thời là nó phải mang lại cái chất lượng và hiệu quả nhất. Wir haben auch eine sehr große Maker-French. Ich glaube, dass das heute aber nicht so ein Thema ist. Deswegen bin ich vielleicht jetzt einfach da drüber, damit wir uns mehr auf die Pflege gleich im Anschluss jetzt konzentrieren können. Was ich eben noch sagen wollte, ist, dass es für uns sehr wichtig ist, wirklich intensive Grenzen auch zu betrachten. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Sie sich mit dem Produkt intensiv beschäftigen, dass Sie sich auskennen. Deswegen sind wir heute auch hier. dass Sie sich mit dem Produkt und die Pflege mit dem Produkt die Pflege zu betrachten. Wir wollen heute mit Ihnen kỹ-diskussend über die Mallowbin aus diesem Bereich, damit Sie mit ihnen weiterentwickeln können. Es ist wirklich wichtig, wenn Sie heute jetzt fragen haben, wenn Sie heute hier sind, wenn Sie etwas wissen wollen, zu der Produkte, zu der Firma, dann fragen Sie uns. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem Training mit der Stefanie, glaube ich, geht auch der Kliniker, sodass wir vielleicht nicht alles auch anschauen können, aber die Stefanie hat auch ein sehr schönes Buch mitgebracht, wo wir wirklich nochmal alles geklärt haben zu den einzelnen Produkten. Und ich denke, ich glaube, wir können... ...chiffen, das ist nicht ein Kliniker. Ich denke, ich habe noch ein paar Sachen, wie es das ist, das ist ein Klinik. Die Kunden kommen nicht auf jeden Fall, aber sie kommen nicht zu viel, weil sie die Gehirn zu tun haben. Ich habe eine Frage, weil Kalasso ist sehr intensiv, es ist ein Cooling Mart, es macht die Kustomer zu fühlen. Aber wir haben eine Frage, weil es in Vietnams sehr heiß ist. Und es ist eine Kombination von Kalasso. Wir haben eine Frage, wenn die Kustomer Frage, wobei den Kustomer sagen, und die Kustomer fragen, ob die Kustomer die Kustomer fragt, weil das Kustomer die Kustomer die Kustomer auspälzen ist und dass sie sehr viele Kustomer aufじゃない. Und das ist ein Kustomer? Wie kann man das Kustomer erklären? Wie kann man das auspälzen? Es ist ein Kustomer, weil die Kustomer vorbeige, die Kustomer auspälzen, weil die Kustomer auspälzen. Es geht um zu moisturisieren, es geht nicht um irgendwelche Picken. Also sicherlich, es ist sehr hart. Also Thalassos sind die Frage, wie können Sie den Kunden klar machen, dass wir jetzt keine Picken bekommen, wenn wir die Thalassos-Produkte verwenden in der Kombination mit Öl und so weiter. Ich sage, Thalassos ist für Feuchtigkeit und ist oil-free. Vielleicht wollen Sie es auch sagen. Ja, Sie können gerne... Chị mới hỏi, chỉ qua trao đổi với các chị đây, muốn đặt ra một vấn đề. Tức là hiện nay khi chúng ta sử dụng Thalassos, liệu nó có bị mang đến mũn ở mặt khách không? Bởi vì Thalassos kết hợp với dầu, nó sẽ làm da bị chít lại. Bí lại thì rất dễ gây mũn cho khách, vì sẽ dùng biện pháp này. Chị trang tương trang bình khách không? Chị luôn cần vấn đề là 1000 kương trình thì sẽ không nặng vào, trong đó là 10. CŒ chất chất hợp với dầu chấtDes Rec emotionally, không có thể theo dõi hướng dối. Chị xe nhỏ mà sử dụng Thalassos mà không có vấn đề sử dụng thì sẽ không có khi thác sử dụng. Der Vorteil ist, dass dieg der sich ja immer braucht und wenn man in der Südkstraße kann, ist der Dich nicht wie es ist. Deswegen kann man diegenden, 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 diegenden. Aber in den Fall, diegenden, 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 diegenden. Wir nutzen die Mặc Nạng, die damit zu schützen und dass sich die Mặc Nạng zu schützen, die damit zu machen. Es ist das, dass die Mặc Nạng zu machen? Das ist das, die Mặc Nạng zu machen. Das ist das, die Mặc Nạng zu machen. Ja, das ist das. Jetzt, ich habe dir die Stéphanie zum Schütz. Sie ist das chuyên gia und sie wird sich, wir schauen zu können, wo wir die Mặc Nạng zu machen, die Mặc Nạng zu machen. Ja, mit dieser Behandlung möchten wir unsere Kunden in das Land Japan entführen und vor allem aber auch die Behandlung so etwas Besonderem machen, weil man natürlich auch diesen ganz tollen Duft der Kirschblüte in der Behandlung auch spürt und natürlich auch in der ganzen Behandlung erleben kann. Tja, diese Behandlung haben wir schon sehr viel in Japan und auch in anderen Bereichen, in denen man auch die Behandlung nicht verwendet hat. Ja, Japan ist ja auch das Land der aufgehenden Sonne und dieses Wort Sakura steht für den Anfang des Frühlings, das Erwachen. Und man kann das ja auch sehen in Japan, wenn dann im Frühjahr die ganzen Kirschblüten anfangen zu blühen in der Stadt. Tja, bản thân, die tên, die chữ Sakura, nó xuất phát từ nước Nhật, đất nước, mặt trời mọc. Thì bản thân đấy, die chữ Sakura, nó cũng là đất hoa, 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 nở lên, cũng là biểu tượng, biểu tượng, biểu tượng, biểu tượng mới. Ich möchte noch ein bisschen über die Geschichte von Sakura, ein bisschen berichten. Also, die aufgehende Sonne, man sagt, das Land erblüht in den Kirschblüten, in der Stadt, also viele reisen auch nach Japan, um dieses Besondere zu erleben. Man spürt auch in der ganzen Stadt diesen Besonderen Duft und das Leben beginnt. Ich möchte noch ein bisschen über die Geschichte von Sakura, die sich in den März anfangen, um dieses Besonderen Duft und das Leben beginnt. Und auch für die Menschen dort ist es etwas ganz besonderes, es wird wieder rausgegangen, man setzt sich auf blaue Plastik, trinken zum Beispiel in den Garten oder in die Parks, trinken dann auch mal ein Wein zwischen durch und genießt das Leben. Und in dieser Behandlung kombinieren wir die Kirschblüte als Inhaltsstoff und auch als Duft in Kombination mit hocheffektiven Wirkstoffen aus dem Reis. Tức là chính vì thế nên phương pháp Sakura này chúng tôi làm sự kết hợp giữa vị hương của anh Đào và... Xin lỗi, bao lâu hương à? Anh đang dính, xin lỗi, xin lỗi. Vị hương anh Đào này kết hợp với các phụ gia, các chức liệu cao cấp, Ja, hier sieht man zum Beispiel eine Duftpyramide, das kennt man aus der Parfümerie, also wie ein Duft aufgebaut ist. Auch wir haben jetzt in unserer Behandlung in allen Produkten diese Duftpyramide und diesen schönen Duft. Und man sieht sofort, wenn man einen Duft spürt, zuerst die erste Note quasi. Und da spürt man zum Beispiel diese Kirschsprüge Gantt auch als frische Note. Tức là, ở đây chúng ta nhìn thấy là một cái tháp về các vị hương. Đấy, cái vị tháp. Ở đây, trên cái đỉnh tháp, chúng ta sẽ nhìn thấy là, người ta sẽ sử dụng, là đầu tiên là chúng ta sẽ lưu die vị hương của anh da. Dann, das Herz des Duftes ist hier Jasmin. Đây là cái phần lõi, cái phần, người ta gọi là cái từ như là trái tim của cái vị hương này, cái phần lõi của vị hương này, là cái vị hương nhài. Jasmin und Kirschel kombiniert. Đây là cái sự kết hợp giữa hương nhài và hương anh dao. Und als Basis Note, bèzeitet man auch, wenn ein Duft eben gerade auf der Haut auch länger haftet und auch bestehen bleibt. Da sind vor allem Hölzer sehr aktiv. Wir nutzen auch hier Sandalholt in kombination mit Vanille. Tức là ở cái phần gốc, phần cỡ gốc của cái vị hương này, mà cái mà người ta muốn là cái vị hương này nó lưu động trên cái mặt da. Trong thời gian ở đấy là cái sự kết hợp giữa cái gỗ Sandalh và cái vị, thì mùi hương của Vanille. Vanille. Việt tiếng Việt gọi là Vanille, đúng không? Hương Vanille. Und auch Moschus gibt so ein bisschen diesen würzigen Geschmack und auch diesen würzigen Duft noch. Cái hương Mousse, đây là, nó mang cái tính chất của người ta, có cái tính chất, mà auch những cái sự, tức là những cái sự ngon miệng, cảm thấy. Also man kann dazu auch sagen, dass dieser Duft ein sehr sinhlicher, ein sehr femininer, weiblicher und volumiger Duft ist. Tức là, tổng hợp lại, cái vị hương này sẽ mang lại cho người ta một cái cảm nhận, rất là nữ tính, rất là có một cái gì đấy, chỉ dùng có một cái từ đấy là rất là kheo hợp, gợi cảm. Phải mã lại rất là nữ tính, tính nữ rất là cao trong cái vị hương này. Tức là ở một cái vật liệu nữa, người ta dùng cho cái vị hương này là cái vị hương này là alginat, algextract. Tức là ở một cái vật liệu nữa, người ta dùng cho cái vị hương này là cái alginat này là tạo biển, tạo biển. cái phần về độ ẩm, cũng như là các cái chất mà tạo nên cái sự gọi là phì nhiêu màu mỡ của cái da, tức là tôi gọi là cái tươi, độ căng bóng của da, đặc biệt là ở Việt Nam này, mặc dù ở Việt Nam này với cái khi mà nhiệt độ nóng, nhiệt độ cao, nó ẩm như chúng ta, thì mặc dù vậy là chúng ta, cái da vẫn bị khô, bị chạm nên do bị mất, nên cái dòng tẩm nó sẽ có cái tác dụng nó làm lại cho da, bồi bộ lại cho da. So, dann der nächste Inhaltsstoff, das ist ein patentierte Inhaltsstoff, Fadumol genannt, und zwar wird dieser Wirkstoff aus dem Rapsöl gewonnen. Một cái chất liệu nữa, mà người ta được gọi là Clodamol này, nó là một loại dầu, loại dầu nữa, người ta cũng sẽ phải dùng để kết hợp vào trong cái hương này. Und dieser Inhaltsstoff, führt der Haut wie Pie dazu, dass die Haut schön geschmeidig bleibt, auch super ist dieser Inhaltsstoff bei sehr trockener oder auch beanspruchter Haut. Cái dầu này, cái tác dụng của nó làm gì? Tác dụng của nó làm cho da, chúng ta luôn luôn được mềm mại, mềm mại và đồng thời là gì? Nó có một phần tác dụng của nó là và giữ lại cái đồ bằng, chúng ta không được mất cho cái đồ da, chúng ta luôn luôn là mềm mại. So, und dann, der ganz besondere Inhaltsstoff hier in dieser Behandlung auch in den Produkten ist Inositol. Und das Bisondere an diesem Wirkstoff ist, dass es ein Wirkstoff aus den Dieneringsglas, kann man sagen, und wird aus grünem Reis hergestellt. Tức là một cái chất dụng da, đặc biệt quan trọng ở đây. Đây là cái chất liệu rất là kắp kắp, đó là Inositol. Inositol này là cái rất là quan trọng mà người ta cần phải đưa vào trong cái sản phẩm của chúng ta. Und dieser Wirkstoff kann quasi die Kalkproduktion in der Haut regulieren. Und dieser Wirkstoff greift besonders ein, wenn man eher eine ölige Haut hat. Und dieser Wirkstoff auch ein Bückstift, der die Haut strafft und festlegt. Das heißt, es ist auch ein Bückstift, der die Haut strafft und festlegt. Es ist auch ein Bückstift, der die Haut strafft und festlegt. Es ist auch ein Bückstift, der die Haut strafft und festlegt. Sie müssen das besser sagen. Diese Behandlung ist super geeignet für Kunden, die zu unrein haben, zu öeliger Haut neigen. Aber trotzdem, was für das Lifting, also die Haut strafft und festlegt. Diese Behandlung ist auch ein Bückstift, der die Haut strafft und festlegt. Ja, kommen wir auch schon zum ersten Produkt in der Behandlung. In dieser Behandlung wird die Haut mit unserem Detox Cleansing Gel gereinigt. Und das Detox Cleansing Gel eignet sich für jeden Hauttyp, speziell aber auch für eine ölige Haut. Und dieses Reinigung Gel, das erfrischt die Haut, wird die Haut sehr tiefen gereinigt. Und wir haben hier nicht nur eine Reinigung, sondern auch gleich schon wirkstoffe, die die Haut bei der Reinigung pflegen. Das ist das Besondere an unseren Reinigung. Und auch für den Kunden empfehlt sich das Detox Reinigung Gel für zu Hause anzuwenden, am Morgen und am Abend der Haut, die Haut gründlich zu reinigen. Es ist auch sehr gut geeignet, um Make-up zu entfernen. Und es ist sehr ergiebig, man braucht nur eine ganz kleine Menge. Für mich dieses Reinigung Gel mit lauwarmen Wasser und kann es so ganz leicht aufschäumen. Und das Detox heißt dieses Reinigungsprodukt speziell, weil es die Haut auch von Umwelt gibt und der Haut befreit. Und da gibt hier dieser Reinigung Zulfurofan. Und das Tolle ist dieser Wirkstoff, das ist nicht nur ein Wirkstoff, sondern insgesamt drei Wirkstoffe. Besteht aus Gartencressen, Blumenkohl und Brocoli. Tức là cái sản phẩm này thì thực ra là nó gồm có ba cái hành phần lại. Và chủ yếu là làm từ Brocoli. Các em biết Brocoli là cái cải xanh. Blumenkohl tức là cái cải trắng. Và nó là hỗn hợp từ các loại rau ra. Ba loại. Und Vitamin E. Vitamin E sind die Orangen Kügelchen die man hier in diesem Reinigungsprodukt sieht. Und diese Kügelchen platzen auf indem man das Reinigungsgel auf der Haut massiert. Und Vitamin E wird schützend auf der Haut. Tức là ở đây đặc biệt rất là quan trọng. Tức là cái yếu tố là của Vitamin E. Vitamin E này thì nó có tác dụng là hỗ trợ cho cái việc mà bảo vệ. Khi mà người ta massiert thì là người ta xoa mặt. Thì nó bảo cho cái da luôn luôn là ổn địch. Kennen Sie alle das Reinigungsprodukt? Mọi người ở đây đã quen cái sản phẩm này chưa. Đã biết cái sản phẩm này chưa. Tức là auch einen sehr, sehr frischen duft. Ở đây chúng ta sẽ gửi thấy cái hương rất là tươi, mới. Em muốn hỏi là cái dòng sản phẩm rất tốt này. Thì nó là cái... Thường thì ở Việt Nam hay có cái dòng sản phẩm không nhau. Tức là tẩy da chết riêng và sữa rồng nó riêng. Thì cái dòng này thì nó là những cái lão. Có thể tẩy 1 tuần, 2 lần, 2 lần, 2 lần ngày nào thì có thể sử dụng bữa. Thì nó ổn. Rồi. Sữa sửa mặt. Sữa sửa mặt. Sữa sửa mặt. Cái này là chúng ta để nó làm sửa. Như chị nói là làm vệ sinh. Rất là sâu. Tẩy hết sâu. Nhưng mà không phải nó như là tẩy bình thường. Mà sau khi tẩy da thì nó vẫn lưu lại các cái chất. Để nó làm bảo dưỡng da của mình. Chứ không phải đơn thần chỉ có tẩy. Không. Wie phi là pH? Scala. Wie phi? pH. 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 Rồi nghèn Yeah. epher sh SA. Huy Scott. There is some pH. Checket dee ra hảo hình. Mình ảnh. Phù. Fà great. Phù. 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 Phà. Phù. 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 Das ist, dass sie nicht nur die Ausgabe sind. Gönnbam, Gönnbam, also Gönnbam. Also die Kunde meistens interessiert sich auf den pH-Wert, weil manchmal auch sehr viele Produkte, sie haben auch mehr, mehr Salz oder Gase und Säure und dann kann auch davon so ein Haut und Trocken fügen. Aber ich sage, diese Masha-Mahn sollte man auch nicht dieser pH-Wert... Also unsere Produkte sind alle so getestet, also auch gerade das Detox-Klinsing-Gee, dass es nicht austrocknet, auf die Haut wirkt. Es kommt auch immer auf die Beratung an. Also wir haben zum Beispiel auch eine Reinigungsmilch, die Soft-Klinsing-Milch, und die eignet sich natürlich perfekt für eine sehr trockene Haut. Für die Figilm-Klinsing-Milch-Gee, die sind Crossing-Klinsing-Milch-Klinsing-Milch-Klinsing-Klinsing-Milch-Klinsing-Milch-Klinsing-En-Milch-Klinsing-Milch, So, ich möchte ein Gefühl, dass wir jetzt in Vietnam haben, viele Freunde aus der Welt, die wir in Vietnam haben. Wenn ich mich für alle Sachen in die Beauty Spa betreffen, Malawick ist wirklich gut. Malawick ist wirklich perfekt für die Skin. So, hier, ich möchte, dass Sie die Frage beantwortet. Es ist wirklich sehr unterschiedlich von Malawick Produkten für andere Branden. Was ist die Unterschiede? Wir haben verschiedene Produkte für verschiedene Types der Haut, und besonders für unsere Cleansing Produkte. Es ist kein Cleansing Punkt. Das ist die erste Schritt. Wir benutzen die meisten Ingredienungen, so verschiedene Ingredienungen, besonders für die Types der Haut. Das ist die erste Schritt für die Cleansing. Ich denke, in generell, wenn wir die Types glänzen, zum Beispiel, wir haben Vitamin E, mit Vitamin E, das ist sehr speziell, weil die meisten Produkte, die sich nur für die Haut, aber während der Cleansing action, wir auch noch ein paar Inhalte zu der Haut. Und der zweite Schritt ist, das ist sehr populär, das ist die Toxifizierung. Ich denke, wenn wir die Umgebung hier sehen, wir sehen, wir sehen, dass wir viel Schmuck und die Umweltverläufe, die Influenz der Haut. Und das ist mit der Influenz, wir sind gegen die Toxifizierung. Das ist die Unterschiede, mit den anderen Teilen. Ich denke, das ist die Unterschiede, mit den anderen Teilen. Das ist die Möglichkeit, dass wir die Zauberfläche, die Zauberfläche, die Zauberfläche, die Zauberfläche, die beim Zauberfläche Das ist die Zicke, das ihr könnt. Diem Faktor ist das An-Tro. Diem Faktor ist das An-Tro. Diem Faktor ist das Vừa nguyen, das ist das Läu-Dia. Es ist nicht nur die Zicke, die Zicke. Wenn wir die anderen Bezüge sind, dann ist es auch. Wir haben immer die Zicke, nicht nur die Zicke, sondern auch die Zicke für die Zicke. Das ist wichtig, wenn ihr Zicke, die Zicke ist wichtig ist, Okay, so dann das nächste Produkt was wird der Geschicht behandlung? Die Kombinierung ist unser Calming Tonic, unser Calming Gesichtswasser aus der Hypersensitiv-Productlinie. Das ist ein spezielles Gesichtswasser für ganz, ganz empfindliche Haut, auch für eine Haut, die zu allergie naigt. Die Kombinierung ist ein Cleansing-Paar, sein Reinigungs-Paar gehören auch immer zusammen. Für die Gesichter, die Künstler oder die Künstler so rauskommt. Wir nehmen im Gesichtwasser nicht nur Calg, Schmutz oder die restlichen Reinigungsprodukte und den Künstler zu schützen. von der Haut ab, sondern wir pflegen gleich schon die Haut mit unserem Gesichtsswasser. Wir bereiten die Haut auf die nachfolgende Pflege vor. Tức là chúng ta ở đây, các cái sản phẩm của Malovis là không phải, như tôi đã nói là, chị nói là không phải chỉ để tẩy trang, tẩy các cái chất bẩn ở trên da mặt bình thường mà, cái quan trọng nhất là ngay lập tức, và đồng thời nó là cái chức năng dưỡng da của chúng ta, dưỡng da của khách hàng, xin lỗi. Và cái quan trọng nhất là, nó bắt đầu luôn trong quá trình tiếp theo, của cái chưu trình mà để làm đẹp. Also, wir nutzen auch hier, in unseren Gesichtspassern, auch inhalt stoffe, die gleich schon die Haut, jetzt auch hier, bei unserem Kalminktonic, die Haut ganz stark beruhigen mit Magnolien-Extract, auch ganz speziell, wenn die Haut auch so ein bisschen irritiert ist, gerötet, oder auch, man so ein leichtes jucken, oder spürt. Tức là cái sản phẩm của chúng tôi ở đây, và chúng tôi đã nghiên cứu, tức là sử dụng được cho tất cả những các loại da đặc biệt. Trong trường hợp như là, những cái khách hàng mà người ta mặn bị mẩn đỏ, hoặc là bị nổ ngứa, có cái tinh chất là bị muốn nổ ngứa, mẩn đỏ, mũn, v.v. thì là người ta cũng thể sử dụng được cái nước rửa mặt. Tức là cái sản phẩm nước rửa mặt này, chúng ta đồng thời là sau khi mà nó làm cân bằng, nhưng mà đồng thời là người ta có cái cảm giác mà được làm sạch toàn bộ, rất là sạch, rất là kỹ, nhưng nhiều đồng thời là, người ta có cái cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì da lúc ấy là, nó không phải bị tổn hại trong quá trình làm sạch không thừa, mà đồng thời là nó cũng được mà bổ trợ, bổ trợ, bổ dưỡng thế. Vì lại, ganz kurz, gerade jetzt auch, wenn die Haut eher Ölig ist, mân auch ein bisschen zu glanz, neig, für größer Deporen, dann empfieh ich das Astringent Tonic zu verwenden. Das Astringent Tonic ist für speziell für ölige Haut, und auch für größer Deporen geeignet. Tức là ở đây thì chúng tôi là giới thiệu thêm một cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm, như chị đang cầm trên tay này, dùng cho các cái khách hàng mà người ta có da rất là nhờn, Es ist sehr empfehlenswert. Wir benutzen hier Vitamin B3 und B6, was die Produktion in der Haut normalisiert. Okay, dann möchte ich gleich weiter zu unserem nächsten Produkt was ihr in der Sakura-Behandlung verwenden als dritten Step? Tức là, tôi muốn giới thiệu sản phẩm tiếp theo trong cái gói làm đẹp mang tên Sakura này. Tức là cái sản phẩm mà tôi đang cầm trên tay. Das Japanese Beauty Peeling ist ein ganz sanftes mechanisches Peeling mit abgerundeten Jojoba-Kürtelchen. Tức là cái sản phẩm mà người ta gọi là theo cái phương pháp mà người Nhật Bản người ta dùng. Tức là có rất là nhiều các cái thành phần Jojoba ở trong. Und das Schöne, es ist abgerundet mit Macadamia Nussöl. Und es ist eine ganz reichhaltige Creme Peeling. Und das Schöne, es ist eine ganz reichhaltige Creme. Tức là ở trong này thành phần này là nó có cái phần vương liệu đấy và cái phần kem. Cái này là tẩy da chết của Sakura. Nó có thành sojoba này, kiểu gạo, axit lactic của gạo này. Nó ra nó có dầu của hạt Macadamia nữa. Nó sẽ làm mềm da, nó không làm khô. Sau khi các bạn tẩy da chết xong. Mùi rất là thơm. Mùi nó có mùi của hoang đà. Nó là một sản phẩm trong cái von Sakura. Und dieses Peeling eignet sich auch für jeden Hauttyp. Sollte man jetzt eine sehr unreine Haut haben, mit vielen Entzündungen, dann sollte man dieses Peeling nicht verwenden und kann dann als Alternative das Papaya Peeling. Cái sản phẩm này thì nó không dùng với các khách hàng mà da mà có hiện tượng sưng hay nề. Mà người ta sẽ khuyên dùng là cái loại Papaya Peeling. Papaya Peeling. Enzy Papaya. Enzy Papaya. Enzy Papaya này thì là cái loại này dùng tốt cho những cái loại da nhạy cảm, mà da đang bị sưng có cái tổn thượng, tổn thượng, phù nề. Und wie gefällt der Duft? Các bạn có thích cái loại mùi hương này không? Ja. Sehr riftig. Und das Peeling ist auch sehr sparsam. Man trägt eine kleine Menge auf die Hand innenfläche auf. Man kann die Hände auch etwas anfeucht. Und dann im Gesicht ungefähr so 3-5 minuten massieren. Tức là cái loại kem này người ta dùng cũng có thể là rất là tiết kiệm được. Bởi vì là người ta dùng rất, chỉ cần lấy một lượng rất nhỏ. Cho vào phía trong bàn tay dùng cái ngón tay xoa. Và người ta xoa đều lên mặt sau đó là khoảng 3-5 phút. Trên toàn bộ mặt mình. Và mình chỉ cần lấy một số lượng rất là nhỏ. Und für eine sehr, sehr empfindliche Haut, oder aber auch für eine Haut, die zu arken, oder zu starken Unreinheiten, und Entzündungen neigt, dann empfiehlt sich das Papaya Peeling. Das Papaya Peeling ist auch in Deutschland bei uns ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Und zwar wird das Enzym aus der Papaya-Fucht gewonnen. Und das Papaya Peeling kann in den Händen leicht aufgeschäumt werden. Sollte dann auf die Haut aufgetragen werden. Und dann lässt man es so 5-8 Minuten auf der Haut. Und nimmt es dann mit lauwarmen Wasser wieder an. Bei Papaya Peeling, wir brauchen so viel zu trinken. Wir brauchen so viel zu trinken. Wenn wir so viel zu trinken, wenn wir so trinken, wenn wir so trinken, dann können wir so trinken, dann können wir so trinken. Dann können wir so trinken. Das nächste Produkt ist das Japanese Beauty Elixir. Das ist unsere Ampulle, unser Serum. In der Behandlung, wird nach dem Peeling auf die Haut aufgetragen. Ich möchte noch die Sämpfung vorstellen. Die Sämpfung von Japan Beauty Elixir. 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 Das ist wirklich ein ganz besonderes Wirkstoff Power Elixir. Mit zwei verschiedenen Hyaluronsäuren. Die Haut auch so richtig schön prall macht. Und so richtig schön die Haut auch festigt. Die Texture ist sehr leicht, sie wirkt auch ein bisschen kühlend und man trägt eine Ampule auf das ganze Gesicht auf und kann es in die Haut leicht wie eine Ampule einarbeiten. Und das Besondere, man spürt nach dem Auftragen der Ampule einen straffenden Effekt, den man auch gerne durchhat. Und dieses Elixier fühlt auch ganz kleine niedrige Fältchen auf, die man im Gesicht hat, vor allem aber auch hier um den Augenbereich. Und das Besondere ist auch, man hat nach dem Auftrag auch kein Öliges Gefühl aufgehaut. Und das Elixier wird dann auch unter der Gesichtsmassen verwendet? Und das Elixier wird dann auch in die Haut, in die Haut, in die Haut, in die Haut. Oh, wie gefällt das Produkt? Ange nehm! Und das ist auch, was wir in die Haut, was wir in die Haut? Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja. Sehr teuer, ja. Was ist mit teuer? Teuer. Dieser Lissier. Es ist mittelpreis. Es geht noch teuer. Ich überrasche mich auch, ja. Habe ich noch nie so gut erlebt. Lissier. Okay, für Kunden, die gerne ein Serum kaufen möchten oder auch gerne ein Produkt mit ganz viel Feuchtigkeit wünschen, dann empfehle ich das Hyaluronic Beauty Flash Spray mit drei verschiedenen Hyaluronsäuren, ganz, ganz intensiv Feuchtigkeit spendet und pusht die Haut von innen, macht die Haut richtig schön kall. Und man kann es, ich denke, hier in Vietnam auch als Pflege unter das Make-up verwenden oder auch als Serum unter die Creme. Man kann es direkt auf die Haut aufspülen. Es ist für jeden Hauttyp geeignet, auch für eine jüngere Haut. Ja. Es ist wichtig, dass man immer die zwei Phasen schüttelt. Es gibt eine Hyaluron-Phase und die etwas Lilane-Phase ist die Öl-Phase, das ist Avocado-Öl. Und das Besondere an Avocado-Öl ist, dass es sehr gut in die Haut einzieht und man danach keinen Öligen Film oder die Haut sieht nicht fertig aus. Und was auch noch eine Philippe des Produkts? Was ähnlich ist, was noch ein bisschen mehr stark und festig gegen Wienchen und Fellchen ist das Caviar Gold Konzentrat. Das Caviar Gold Konzentrat ist auf Öl-frei und ist mit dem Inhalt schon braun-alge und wir haben 21 Karat echtes fein gemahlenes Glatt Gold enthalten. Und diese Gold Konzentrat sind so klein, dass es sich in jede Unebenheit oder in jedes Feldchen hineinlegt, das Licht reflektiert. Und dadurch wird die Haut glatter und frischer, also auch sehr gut für eine müde, wahre Haut. Okay, dann kommen wir jetzt zum Massage Produkt in der Behandlung. Und wir nutzen hier unsere Massage Lotion. Das ist auch ein Kabinen Produkt. Und die Massage Lotion, die verwenden wir sehr oft in unseren Gesichtsbehandlungen. Weil diese sehr leicht ist von der Textur, sehr schön kühlend auch. Man kann auch die Massage Lotion, denke ich hier in Vietnam, auch sehr gut in den Kühlschrank stellen. Wie kann man damit massieren? Und das ist nicht nur irgendeine Massage Creme, die jetzt die Haut geschmeidig macht und man gut damit massieren kann, sondern es ist eine Massage Lotion, die gleichzeitig die Haut mit Wirkstoffen, und die Massage Lotion ist speziell auch für ganz empfindliche Haut geeignet, auch eine Haut die zu allergie neigt oder auch auf Inhaltsstoffe. Die Massage Lotion ist nicht frei von Duft und Konservierungsstoffen? Und was ist besonders, dass sie auch straffend und festigend sind? Wir haben hier Zink und Koffein als Inhaltsstoff noch als Linien Wirkstoff in Teil. Das ist eine Massage Lotion, die wir speziell für die Beauty-of-Sakurha-Behandlungen ausgesucht haben. Aber diese Massage Lotion kann auch in allen anderen Beauty-behandlungen verwendet werden, speziell auch bei einer öligen Haut. Die Massage Lotion ist das nicht so, dass wir dafür auf die Akkommission benutzen werden. Das ist die Masage Lotion dieser Menschen, die sich für die Bakker ausgesucht haben und die Verknütung auch in Deutschland besser verwendet werden. Es kann auch bei der Akkommissionen Lotion ausgesucht werden, und das sind auch bei der Arege Lotion ausgesucht, dass in anderen Binnen und Menschen mit einem Koffein schützt, auch bei einem anderen Bauch der Zinkminar zu verwenden. Das ist das Thalasso Massage Gel. Wir sagen auch das Swimming Pool Massage Gel, weil es eben auch so eine schöne Farbe hat. Das Thalasso Massage Gel eignet sich auch für jeden Hauttyp und kann speziell auch bei einer unreinen, öligen Haut verwendet werden. Genauso wie das Massage Gel kann es auch kühlen gestellt werden. Und wir haben hier einen ganz besonderen Nürkstoff enthalten, der nennt sich Ocean Gold. Soll ich noch weiter sprechen? Ja, ja, ja. Käm này, nó có tính chất tương tự, giống như Massage Lotion này. Tức là nó dùng cho rất là nhiều các loại da, tất cả các loại da. Và đặc biệt là các loại da mà dầu. Và đặc biệt là ở trong này nó có một cái hàm lượng, là... Wie sagt man, diese besondere... Ocean Gold? Ocean Gold. Ocean Gold này tức là người ta dịch đến Việt mình. Tức là những cái Van của Đại dương. Tức là rất là... Tức là rất là... Tức là... Tức là... Tức là, cái này có... Tính chất rất là đặc biệt quan trọng. Tức là nó cung cấp rất là nhiều các cái khoáng chất. Vì tạo biệt là trong này... Nó, thành phần nó gồm có... 72 cái khoáng chất. Wir können uns mit uns kết hợp, fuhrep mit uns. Und es hat viele Konsequenzen für die Konsequenzen. Okay, dann kommen wir zum Abschluss der Behandlung. Die Behandlung wird mit einer Maske abgerundet. Und das ist dieses Mal eine Alginat-Maske. Eine Maske, die speziell für die Papier, also speziell für die Kosmetikerinnen. Wir schauen, dass die Konsequenzen ist. Wir machen die Konsequenzen. Wir machen die Konsequenzen. Die Konsequenzen sind sehr wichtig. Sie wird speziell angehörd, mit Wasser. Und Sie sagen, es ist eine Peel-off-maske. Das ist eine Besiktion. Bei einer Maske da ist eine sehr, solle Laune. Sieören in diesem Mal sehr, sehr, sehr nass. Máske in dieser Maske, die Gäste zu darstellt. Ja, das ist sehr einfach, sehr nass. Es ist eine Maske, die die Behandlung besonders macht. Die Maske, kann man auch sehen, hat so ganz leichte Schimmerpartikel enthalten. Die Maske verschließt die Haut komplett, also die Kuchen werden komplett verschlossen. Und alle Wirkstoffe, die wir davor aufgetragen haben, werden durch die Maske tiefer in die Haut getragen. Die Maske wird auch kühlen und verfeinert auch die Poren. Also die Haut ist danach ebenmäßiger und die Poren verfeinert. Cái tác dụng của mặt nạ này tức là sau khi chúng ta bôi hết tất cả các vật phẩm dưỡng da rồi, sau đó mặt nạ nó có tác dụng là đóng kín lại tất cả. Đóng kín lại, nó khóa lại, đóng kín lại hết tất cả, để sau đó là các chất mà chúng ta bôi vào trước đó là nó thấm sâu dần mặt nạ. Đồng thời mặt nạ này nó có tác dụng là làm cho căng hết tất cả các da. Sau khi bóc da nó sẽ làm căng da và mịn da. Nhưng trong cái tài liệm là mình đã bảo là sẽ hòa cùng với cái warm water. Thì cái này là mình sẽ bắt buộc là phải phải nước ấm hay là bắt buộc là phải là cold water. Vì ich Kavusa haten, diese Maske, materiale, muss man unbedingt mit warmwasser? Oder kann man auch mit kaltwasser? Nein, mit kaltem Wasser nicht. Da wird sie zu schnell fest. Also am besten mit lau warmen Wasser an. Thực ra là cái này là bắt buộc là phải dùng cái nước mà không phải nước ấm mà nước tương đối nóng. Bởi vì nếu mà với nước lạnh thì nó sẽ đâm kết lại rất là nhanh. Cho nên là nước nước ấm hoặc là cái đơn độc báo bảo là lau van. Tức là nó hơi nóng lên được khác, không phải nước ấm nóng. Để cho cái quá trình mà nó đâm kết lại nó lâu hơn. Tức là khi mà chúng ta quên xong thì là khi sọt mà nó chảy xuống, nó như là mật ong. Nó như mật ong nó rơi xuống. Chúng ta thấy là nó cái độ phí lưng cho nó cái độ phí lưng cho nó nó như là mật ong. Nó như mật ong nó rơi xuống. Nó cho có thể kiểm tra. Cứ, nó còn đâu rồi, nếu có vàng nó lên tới, nếu nó thì vẫn có ít gaffe của thử thử thử. Mình thấy lấy thiếu như sống dợ sẽ cầm bảo là mật harc sức dễ xấu đa lượng. Thử 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 lưng chậm và có thể ngăn bảo đã chứng như mật nhiều hơn. Chúng ta nên làm theo dấu thử 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 thử. Vậy là chúng ta cần phải dấu tục chữ thử 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 thuật thử 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 thử. Und es ist möglich, man kann sie auch über die Augen auftragen, wenn die Kundin das möchte, und auch über die Lippen. Hù, hù. Hù lên cả máu. Không, khi mà chúng ta bôi lên rồi thì nó không còn ấm. Nóng là gì? Chẳng có khi chúng ta quấy được, còn lúc khi mà bôi lên mà nó chỉ còn ấm thôi. Chứ đừng để nóng quá lấy mặt người ta ảnh hưởng. Thực ra, cái nhiệt độ là để làm sao? Để tăng thời gian đồng kết của cái bận niệm. Còn khi nó ấm thì chúng ta đặc biệt là nó sẽ xoa được. Nhưng tất nhiên là các em làm, các em bằng kinh nghiệm hơn, là với nhiệt độ nào thì có thể phù vô mặt. Und man kann auch die Maske als Zusatzbehandlung anbieten, speziell für das Dekolleté, also man kann auch eine Dekolleté-Behandlung damit machen. Die Maske ist hauptsächlich gedacht für das Gesicht, und man kann dann speziell noch zusätzlich für das Dekolleté die Maske auch anwenden. Tức là vật liệu làm mặt nạ thì thông thường chỉ làm vùng mặt thôi. Nhưng nếu mà trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể làm cả phần dưới, phần cổ, ngực trên. Gibt es denn jetzt noch Fragen zu... Các bạn có câu hỏi gì về phần trình bày của tôi vừa rồi không? Gefällt die Behandlung? Các bạn có thích phương pháp điều trị này không? Gefällt die Produkte? Ja Về các cái sản phẩm này không? Dạ Các em mời trực tiếp hỏi chị... Enter gì xin hỏi chị chị gì? Em thấy Phượng ạ Phượng Đấy, có chị Phượng nên anh có cảm giác rất là chị rất là giàu viên địa Thì các em trong quá trình làm của mình thì mỗi người có những quan điểm khác nhau, có những cái không hiểu rõ Thì chúng ta cứ hỏi người ta... Bên cạnh hỏi chị Phượng rồi nhưng mà không hỏi người ta Vì vậy chúng ta có thể nói lại và theo anh nhau Vì vậy chúng ta sẽ có thể nói chuyện về năng kó tăng ký kênh của mình Vì vậy chúng ta có thể nói chuyện về năng ký kênh của mình Er frisch und die Haut wird aber auch die Koren werden verfeiner, also die Haut wird danach erholter und auch frischer aus. Maske wird die Haut natürlich auf und auch durch das besondere Japanese Beauty Elixier natürlich auch gestrafft. Tatsächlich ist es durch die japanische Tätigkeit und auch die Mặt nacken. Das macht die Haut ganz schön. Das macht die Haut, die Haut, die Haut. Das macht die Haut. Ich schaube die Haut, die Haut für 10 Minuten. Die Haut sie tun. Okay, okay, no problem, yes. Retail, do you prefer retail products or for the cabin? Retail, just only for the library. Yes, yes. So, we can take our repair cream after the treatment. We recommend using repair cream after the treatment. This is our daily treatment for especially very sensitive skin. After the treatment of repair cream, we use this kind of repair cream. It's called repair cream. It's called repair cream. It's called repair cream. Let them put the cream to the same. During thejobczynics, for the patient, with a alcohol, has smooth runesorape эта. A tthat iç laereate가, 특히, not oozy, or fine-gdy odon. D Sara 씨씨 cũng sinful Think Times. Und wir nutzen auch hier den Inhaltsstoff aus der Magnoie, der die Haut sehr stark beruhigen kann wenn die Haut auch etwas irritierend ist oder man auch ein bisschen zu viel Sonne auch abbekommen hat, dieser Inhaltsstoff sehr sehr stark beruhigen kann. Tức là loại kem này thì nó dùng cho các loại da mà thậm chí là sau khi mà chúng ta đi và chịu nhiệt độ cao nóng ở trời thì nó cấm vào da nó làm cho da nó ổn định, nó làm dịp ra rất là nhanh, sau khi yếu về nhiệt thì nó làm tra bị nóng như khi mà chẳng hạn trong công việc này không phải lươn thuần chỉ đi ngoài rời chúng ta hiểu là chỉ nắng đâu Und als Abschlusspflege auch nach der Behandlung können wir als Augenpflege das Aquamarine Augengehen empfehlen. Die Augenpflege ist auch bei der Gesichtspflege immer sehr sehr wichtig und auch nicht zu vergessen, weil die Augenpflege auch sehr empfindlich ist, sehr dünn und dort auch oft sehr viele kleine Feuchtigkeitsfältchen entstehen und man dadurch auch müde ausseht Und mit den richtigen Pflegeprodukten kann man hier auch die Hautstraße in den Hohenbereich. Tức là chúng ta lưu ý đặc biệt là ở cái khu vực cuồng mắt này, khu vực da nó rất là mỏng và nó rất là nhạy cảm. Thế khi mà chúng ta sau cái quá trình mà chúng ta trị liệu cho khách hàng thì thông thường là chúng ta đặc biệt lưu ý là cái phần cuồng mắt này. Và chúng ta thường là gì, nó sẽ là rất là có cái cảm giác, tức là nếu mà chúng ta không làm khéo thì nó có các cái nếp nhăn hoặc là có cái chùm của da. Trông nó rất là mệt mỏi, trông những bệnh nhân nó rất mệt mỏi sau đó. Das Aquamarine Augengel, das ist auch ein sehr beliebtes Produkt bei uns in Deutschland. Das Aquamarine Augengel ist nämlich ein kühlendes Feuchtigkeitsgel, was speziell für die Augenpartie ist, wenn die Augenpartie ein bisschen geschwollen ist. Und es eignet sich auch perfekt, wenn man danach sich, wenn man Make-up aufträgt oder auch Priscilla. Das Aquamarine Augengel ist Es ist wichtig, hier ist kein Käm, das ist wichtig für die einen Kümmer des Kümmeres. Denn der Produkt ist sehr in der der Wien für die Welt, insbesondere für die Einwohnerin. Der Kümmer ist vielerige, viele Menschen mit der Kümmeren sind stark, sondern auch mit der Kümmeren aus der Kümmeren sind. Was auch wichtig ist, ist Öl frei und man kann es also nicht nur für die Augenpartie verwenden, sondern man kann es auch als Lippenpflege oder auch mal zwischendurch, wenn die Haut sehr trocken ist, kann man auch als Zusatzverkaufstipp auch der Kundin empfehlen, es auch mal auf das ganze Gesicht aufzutragen. Die blauen kühelchen sind gefüllt mit Vitamin E und wir haben auch hier Hyaluronsäure auch enthalten als Inhaltsstoff und diese kühelchen platzen während dem Auftragen auf der Haut auf und geben die Wirkstoffe der Haut ab. Tức là ở trong này nó có các hạt màu blau, màu blue, màu xanh, xanh rời này này, thì ở trong đấy nó có hàm lượng rất là nhiều Vitamin E, đặc biệt là ở trong này nó tác dụng rất là nhiều trong việc sử dụng các nếp nhăn ở cuộn mắt, cuộn mắt nó bị thâm, thì Vitamin E nó tác dụng rất là tốt. Sieh, Nói, es ist ist eine Airless Spender, sie müssen einfach drückt, und sie müssen mal schütteln, sie müssen einfach drückt. Nein, es ist eine Airless Spender, wenn der noch nicht genutzt wurde, muss man am Anfang atomieren, und dann muss man nicht schütteln. Ah. Sie, der Köln drückt, auch von unten. Sie können Sack sanạnh, aber wenn man zu suchen, wir sử dụng ein von unten, dann wird es döl. Sie können also wirklich alles entnehmen, es bleibt liegen zum Spender, deswegen ist eine Airless-Produkte eben alles... Es ist auch geeignet für empfindliche Haut, es ist nicht ohne Duftstoffe. Und wir empfehlen es auch für Kontaktlinsen und die Jungen, die es gut ist. Wir haben eine Frage. Die roamenden und die Menschen in Vietnam, die nur noch moderatieren sind. Wenn sie die Produkte die viel nutritionistische und moderatieren, sie fühlen sich ein bisschen zack. Ich weiß, dass der Produkte nur moderatieren. Die Produkte ist nur so glücklich. Das ist das Grund, dass er nur 2-3 Minuten beendet ist. Es ist so, manchmal wenn sie das verrennen, dann verrennt das Ding, aber sie sagt, sie sollen sich nicht aufregen, sondern es ist normal, klar, wenn die Haare endlich mal wieder vollständig halten. Ja, wir haben das gleiche in Deutschland mit unseren Kunden, wenn die Haare sehr frisch ist, wenn wir ein Produkt mit viel Moisturizing und hohen Ingräten, dann fühlen sie ein bisschen älter. Aber es ist normal, die Reaktion der Haare zu den Ingräten, aber es hat keinen negativen Aspekt, es nur zeigt, dass die Haare funktioniert. Ja, das ist ein Das ist auch für die Augen. Das ist auch für die Augen. Das ist auch für die Augen. Es ist ein sehr neues Produkt. Es ist ein Augengel in einer ganz speziellen Verpackung. Das ist auch für die Augen. Das ist ein sehr neues Produkt. Es ist eine Art von Gel. Das ist für die Augen. Das ist für die Augen, die sehr stark straffend und festigend wirkt. Und durch die spezielle Verpackung, hier haben wir einen Keramik-Applikator. Der Keramik-Applikator ist immer kühl. Der Keramik-Applikator ist eine Art von Gel. 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 Und dieser Inhaltsstoff regt die Kollagenproduktion an. Also hat eine sehr intensive Wirkung auf die Festigkeit der Augenpartie. Der Keramik-Applikator ist eine Art von Gel. Der Keramik-Applikator ist sehr wichtig. Der Keramik-Applikator ist eine Art von Gel. und die Strecke hat und wirkt auch stärker, stärker und festigen. Das ist der Unterschied für den Weisern. Ein anderes Highlight Produkt aus unserer Gesichtspflege, nennt sich aus der Energy Gesichtspflege. Sieht man auch eine Verpackung, da wo der orange in der Streifen ist, das ist quasi unsere Energy Gesichtspflege hier. Das ist ein neues Produkt, das sehr wichtig ist. Wir wollen Ihnen vorstellen, dass es hier eine Kraft hat, für die Gesichtspflege. Und die Energy Produktlinie nutzen wir hauptsächlich für eine müde, fahle Haut oder auch für eine Haut die zu pigmentflegenheit. Wir nutzen hier in dieser Ampule ein kleines Vitamin C. Vitamin C hat nachweislich auch ganz viele Eigenschaften, dass die Haut geschützt wird. dass die Haut geschützt wird. Und Vitamin C hat aber auch eine leicht aufhellende Wirkung auf die Haut. Tức là, ở trong này, cái thành phần, yếu tố, cũng rất là quan trọng, đóng góp, vai trò của chất này, đấy là Vitamin C. Vitamin C là tác dụng, tức là bảo vệ da. Đồng thời, nó cũng có tác dụng, trong cái việc, mà làm giảm hẹp nhau. Wir in Deutschland zum Beispiel, empfehlen dieses Produkt ganz speziell nach einem langen Winter. Wenn wir wenig Sonne haben, wenn die Haut eher müde, phahle ist oder wenn die Kundin auch eine krankheit hatte und ihre Haut wieder aktivieren möchte und vor allem viel mehr ausstrahlung. Tức là, ở nước Đức chúng tôi, thì thường cái sản phẩm này chúng tôi hãy khuyên dùng cho các khách hàng của chúng tôi trong cái mùa đông rất là dài, mùa đông rất là dài, hoặc là, có những người người ta bị cánh bắt, mà làm cho các cái tích nhân, người ta sống rất là mệt mỏi, thì cái này nó làm cho cái da thêm sức sống, các năng lượng cho da. Okay, so, die Kundin zu Hause kann das Produkt selber aktivieren, also, es ist eine sehr frische ampoule, sie hält auch eine Woche, es ist haltbar. Danach sollte man das Produkt dann, also, man sollte das Produkt aufbauen innerhalb von einer Woche und jeden Tag verwenden. Tức là, cái ampoule của người ta, thì, der khách hàng, người ta có thể sử dụng được và nó có thể sử dụng, dùng được sau khi mở, khi mở, nó có thể sử dụng. Tức là, khi mở, nó có thể sử dụng. Also, wenn man das Produkt auch anbietet, sollte man der Kundin auch immer genau erklären, wie sie es zu verwenden hat. Man öffnet hier oben die Kappe, also, hier nach außen, dann öffnet man das Produkt und hier oben befindet sich das reine Vitamin C als Puder vorm. hier unten haben wir eine Feuchtigkeit section und dann drücken wir den Puder und meine Vitamin C in die Apfel, die Feuchtigkeit schütteln es und dann kommt hier der Applikator und dann kann man das Produkt hier oben hier oben hier oben hier oben Để wir den Puder schütteln eroßen dann istbrand die Apfel und dann dann nimmt man der real gekopp hier Queen hier hier diese Eier die y Wenn wir den Glieder, werden wir in den Wien geschlossen, in den Wien-Wien kommen. Diese sind wir haben, wenn wir hier mit dabei haben, werden wir in den Wien gemeinsam mit ausschuhen. Wir haben hier zwei Schäuungen, wo das Kadell erb ist die Wien, wenn wir hier gewinzen Wien gehen, wenn wir die Bitte sein, dann wird es so mit der Wiener und das KD wird es dort, dass wir hier mit unter – Und dann kann man es nämlich zu Hause etwas schütteln und sehr gut dann die Hände auftragen und im Gesicht verteilen. Man kann es auch sehr gut auf Hals und Dekolleté verwenden und nach ein paar Tagen verfärbt sich auch die Lotion. Sie wird so ein bisschen orange, das ist aber ganz normal. Tức là trước khi dùng chúng ta lắc lên, bôi lên mặt, thậm chí là có thể bôi lên phần vùng ngực, vùng cổ. Và sau một vài ngày thì có thể cái này sẽ ngả màu sang màu cam, nhưng cái này không thể vấn đề. Sau một vài ngày thì có thể ngả màu sang màu vàng hay màu cam thì nó vẫn sử dụng được. Vào cổ, cả vấn cổ. Vì vậy, ich habe eine Frage. A lot of people in Vietnam like Vitamin C for brightening, for whitening. But they think it is a some time with combing to skin easily if we use Vitamin C. A lot of people worry about it. So how can we explain for customers? Feel good feeling when they eat. Weren't they afraid to use Vitamin C? Yeah, a lot of people worry sun will combing skin easily when we use Vitamin C. Because they think Vitamin C will make skin look slimmer. So it's a reason sun is easy to combing inside. Vitamin C makes the skin thinner? Yeah, a lot of people think about that. Definitely not. No, it strengthens the skin. Yeah, because they think it is icy. Well it has nothing to do, well maybe there are some aggressive products on the market which also use Vitamin C for bleaching and whitening. They are very aggressive and that might be that they damage the skin or the orange skin thinner. But our Vitamin C is only for caring action. So it doesn't harm the skin in any way. It has only to do that it stops the pigmentation. It makes it a little bit whiter. Yeah, okay. But it has nothing to do with taking off the European skin. Yeah. So this is weird. It stops the production of the melanin. Yeah. Okay, I understand. Because in Vietnam a lot of people use China products. Yes. And that's a process. They're married. Yeah. And a lot of people, the patient can be told. Okay. Các bạn ơi, chỉ vừa mới hỏi cô một câu hỏi cô biết khi mà khách dùng Vitamin C ấy là thông thường Vitamin C thì có bắt nắng hay không? Rất nhiều người bảo là dùng Vitamin C thì mình sẽ bị bắt nắng luôn nào. Những cái đụng cô vừa chia sẻ này thì câu hỏi đó là nó có rất nhiều ước để mắc 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 hay sai lòng luôn. Vitamin C là cái giảm, giảm tinh chất từ một loại thành phần mà nó khi cái bọt chất nó làm sáng nó sẽ đi xuất sắc mì. Nó phân rất là bị ngăn trong việc hình sản khắc sắc tốt melanin. Từ đó cái da của mình nó sẽ sáng hơn. Tức là nó sẽ hỗ trợ làm được sáng cho cơ chế phảo vệ từ bên trong. Chứ không phải là nó vào mòn cái lớp bên ngoài. Nó làm mòn cái lớp bên ngoài sau đó nó phạt cũng cái da sáng hơn không phải nha. Mà nó sẽ ảnh lùi cũng nó phát động cho cái lớp bên dưới nó làm sáng ra từ bên trong. Góc trong da. 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 es gibt ja oder nichts die- Details also gibt ja drones wie gesagt, vitamin C aber auch meine Damen und Herren Claudia, Chị nói zu von mir vitamin C 帶e da ditalt die-zital transport die-zitalc-zalberde die-zitalener die-zital reluctance die-zitalter die-zital-zalberde Chack-to-melanin Das macht die da khỏe Vitamin C Das ist ein Teil der Menschen, die da khỏe ist Vitamin C Das macht die Vitamin C Das macht die da Das macht die da Das macht die da nicht Das macht die da sáng Das macht die da Das macht die da Das macht die da Manigst du im Das macht die Vitamin C Das macht die Chemikalien, sondern richtig von naturalen Materialien, wie Futter, Gemüse und so weiter. Was man jetzt wirklich sehen muss, ist, dass es wirklich sehr viele Zügel und Zügel aufgemacht sind, die die Haut aufhellen sollen, aber die Kontrollen arbeiten nicht zu erzählen. Wenn sich hinterher dann die Leute in die Sonne wieder heben, dann gibt es noch viel schlimmere Pigmentstörungen. Chị cũng lưu ý là chúng ta cũng nên nhắc nhở khách hàng. Có rất nhiều các hãng khác dùng các công nghệ để nắm tẩy trắng da, v.v. Thực ra cái đấy mang lại những phản ứng phụ rất là nguy hiểm, bởi vì sẽ làm tổn thương da. Vì khi các da được tẩy trắng, khi gặp các điều kiện khí hậu, nó có thể dẫn tới các phản ứng phụ như da bị sùi, mọc mụn, v.v. Vì những cái đấy nó rất là nguy hiểm, mà nhiều khi là nó, Việt Nam mình nói là lợi bất thập hại, nhiều khi là cái trắng chưa thấy đâu cả, mà nhiều khi mà thấy các cái phản ứng mà nó làm cho da bị tổn thương. Kiểu đây người ta chuyên biệt là gì? Làm cho da nó vững chặt, nó chẻ quá, nó tăng, nó tăng năng lượng cho da. Đấy là cái yếu tố mà gốc của Malevins này người ta hướng tới. M pasa si nhỏ đi, chúng ta có một dơn vị khác nhé, là một số các phản ứng phụ như cả phản ứng phụ khí hậu nữa. Vì khi mà chúng ta có cả phản ứng phụ khí hậu, có một dơn vị giải nghiệp của các phản ứng phụ khí hậu. Vì vậy nó có 2 tập tổn thương rất là phnos phụ khí hậu. Vì vậy nó có mỗi đơn vị nhiều khi các phản ứng phụ khí hậu của phụ khí hậu. Vì vậy nó có mỗi đơn vị khác nhé, いい anh chị không chạy hậu của chúng ta có nhận? Das heißt, das ist das Malovilis, das ist das Malovilis, das ist das Malovilis 50. Das kann man auch für alle Tiere nutzen. Und das ist besonders an unserer Sonnenpflege, weil es auch bei unseren 250 ist, dass es ein Sonnenblocker ist, ein mineralischer und kärischer Lichtschutzfaktor gemisst. Und er lässt sich sehr gut auf der Haut verteilen. Und man hat nicht diesen Weiss-effekt, was viele Sonnen schutzmittel haben, die sehr hoch sind. Tức là ở đây, cái loại kem này của người ta là chấm lại cái tia mặt trời và nó làm cho da mềm, mềm lại. Và đặc biệt là nó không phải giống như các loại khác. Tức là nó chỉ đơn thuần là chỉ chấm nắng mặt trời. Đồng thời là nó có qua cái mục tố là dưỡng da. Ja. 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 Und unsere Kunden verwenden auch im Sommer die Sonnenpflege als Tagespflege, also nicht nur eine Sonnenschutz, sondern auch gleichzeitig eine Gesichtspflege. Und jetzt ein ganz neues, besonderes Produkt. Oft haben wir unsere Pflege, die wir täglich verwenden, unsere Tagespflege, die wir gut vertragen, die wir auch mögen. Und man kann jetzt mit dem Detox SunShield, das ist ein neues Produkt, mit Lichtschutzfaktor 30. Tức là cái sản phẩm này thì theo như phản hồn của khách hàng của chúng tôi là sản phẩm rất là có hiệu quả, dễ chịu. Và thậm chí là nó có cả tác dụng, trong này bao hẳn cả tác dụng là chống lại cả ánh sáng, nắng. Tức là cái sản phẩm này thì là có thể dùng hằng ngày, dùng tất cả, hằng ngày, và trong đó nó có cả tác dụng là chống nắng. Dieses Produkt heißt SunShield. Cái sản phẩm này nó tên là SunShield. Und ich kann in meinen Pflegecreme, die ich zu Hause habe, in meine Tagescreme 1-2 Tropfen dazu, mischen, verteilen, und dann in die Sicht auftragen, das ist eine möglichkeit? Tức là nó có một cái trường hợp, tức là chúng ta có thể sử dụng là trong các cái sản phẩm mà chúng ta, khách hàng chúng ta sử dụng hằng ngày, thì người ta nhọt thêm 1-2 giọt vào đây. Và sử dụng hợp. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich mal die Tagespflege auftrage, die Tagespflege etwas einziehen lasse, und dann 1-2 Tropfen Sonnenschutz, mit den Drops, über die Haut gebe und über die Tagespflege auftrage. Cách thứ 2, tức là sau khi khách hàng người ta bôi kem bình thường vào rồi, thì người ta sẽ cho 1-2 giọt vào trong lòng bàn tay, và người ta sẽ phủ tiếp lên cái lớp đấy. Tức là nói nôm na lại, cách thứ 1 là gì? Trộn cùng với kem, bình thường, xoay lên mặt. Cách thứ 2 là gì? Sau khi bôi kem, bôi cái này tiếp đẻ lên. In Deutschland ist es so, dass wir natürlich nicht das ganze Jahr Sommer haben, und dieses Produkt hauptsächlich dann verwenden, wenn wir raus in die Sonne, wenn die Sonne stärker scheint. Und somit habe ich die Möglichkeit, immer diese Tropfen in die Creme zu mischen, und auch selbst für Hals und Dekulti zu verwenden. Tức là, ở nước chúng tôi thì thường là, nó không có nhiều mặt trời, quanh năng của bệnh viện các bạn này. Nhưng mà khi mà mùa hè đến, thì là khách hàng chúng tôi, thường là người ta dùng 1-2 giọt, người ta bôi lên mặt, trước khi người ta răng vào đường. Thậm chí là bôi cả phần cổ, cả phần trên cũng được. Und es ist immer immer wichtiger, wie wir die Haube vor der Sonne schützen, wenn wir wissen, dass die Sonnenrechtschrauben in unsere Säen in der Haut schädigen, und dadurch natürlich auch ein Altersprozess, das ist immer wichtig, das ist immer wichtig. Chúng ta phải hiểu rằng, cái tác dụng của ánh sáng ở Trời, khi mà nó chiếu qua da, thì nó làm cho các tế bào da bị thương tẩu. Nó chết, và nó biến bầu, và đồng thời nó tăng quá trình, nó thúc đẩy quá trình lão hóa rất là nhanh cực. Cho nên là chống lại ánh sáng mặt trời rất là quan trọng. nếu là tế tói tế tế tế, thì cũng có thể hiểu rằng tế 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 tế, thì chúng ta đã chiều tạo ra những cái tế 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 tế. Und was er sagt, ist, dass wir nicht die Son-Protektion all den ganzen Tag. Denn in generell, wir immer noch die Chemikal-Filter geben. Und die Chemikal-Filter geben auch. So, wenn wir in der Office stehen, es nicht mehr für die Son-Protektion. Nur wenn wir draußen können, dann können wir die Son-Protektion nutzen. Ja, und sonst braucht man die Chemikal-Filter. So, die ganze Menge von Detox sind. QB, A-Fu-Filter, A-Fu-A. Und wenn wir draußen gehen, dann gibt es die Lime-G-A-Skin. Das ist auch für Männer? Ja, das ist auch für Männer. Dann können wir später auch über Detox sprechen. Das ist auch für Männer. Das ist auch für die Abenteuerung. Das ist für viele Personen. Und Vereine. Diese Produkte sind auch von allen anderen Produkten aufbauen. Es ist eine sehr k завendung. Wenn du malе Zesteskreisbereich in den Körpers sind, dann kannst duちゃwiesen. Aber sie können auch diechen mit allen. Und auch mit allen anderen Produkten. Sehr gut! Vielen Dank. Das ist gut. Das ist gut. Ihr wisst euch nur, dass ich in diem da habe, es ist nicht so großartig. Das ist gut. Es ist gut. Ich bin ein bisschen zu kühlen. Ich bin ein bisschen zu kühlen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. faith-in-law geht's hier ist? es ist ein es ist an es ist ein es ist ein es ist ein es ist ein das ist eine kein es ist ein es ist klär es ist lance es Du kannst auch, was ich zum Beispiel auch empfehlen, wenn ich flüssig Make-up verwende, ich gebe auch ein paar Tropfen in mein flüssig Make-up. Das ist auch eine Möglichkeit, was man machen kann. Also, wenn ich selbst und ich, wenn ich in der Hoha-trang, dann kann ich nur noch ein paar Zolle machen. Wenn ich in der Hoha-trang und ich noch eine oder zwei Zolle machen, dann kann ich das Zolle machen. Dann kann ich nur noch ein paar Zolle machen. Có ai hỏi gì không? Hỏi đi Trang thế là không có hỏi gì cả, không có ý kiến gì cả Cái dịch vụ collagen và dịch vụ Sakura này thì có những điều khác nhau như thế nào? Bởi vì em phải lo cùng viên là với năng cơ đúng không? Bởi vì năng cơ đúng không có ý kiến sở Die Kuruhinfo Maske ist ja ein Schaum und ist viel, viel leichter auf der Haut und hier das ist eine Algenmaske, die die Haut verschließt. Collagen, sobald ist ja hoang sehr, sehr dạng, ist ja das sobald ist. Und das ist die Skukura Maske ist ja das ist die, ist die da. Die da ist ja das ist die, dass sie das ist nicht mehr, das ist die da ist. Das ist die da ist die da ist und die da ist die da ist sehr schnell. Es ist die da ist die da, die da ist ja das ist die da ist. Die japanische Maske ist kühlend, hat aber auch die Eigenschaft, dass es eben die Poren verzeichnet und die Schaummaske wird auf der Haut durch die eigene Körperwärme etwas warm. Das ist auch der Unterschied, also wir in Deutschland nennen die Collagen Maske hauptsächlich in den Wintermohnen. Cái Collagen, như các bạn hỏi, thì thường là bên Đức người ta dùng trong mùa đông. Bởi vì sao? Bởi vì khi dạng bọt nó nhiều lên thì đồng thời nó sẽ bị nóng lên do thân nhiệt của mình. Thế còn cái của Japan này thì người ta làm loại chiếc, loại chiếc và thường rất phù hợp cho các nước nhiệt đời như thế này, vào mùa hè. Thế đồng thời yếu tố quan trọng nhất là vì sao nó chắc bản thân cấu trực vật lý của họ, nó đóng kín nhất cái mặt nạc. Thì đồng thời nó làm cho đẩy hết các da mặt nó canh ra. Thế sau khi mình dùng xong cái chất của mình thấm nước vào xong, đồng thời nó có tác dụng để làm canh da mặt của mình. Nó giảm bớt các cái biếc nhân. Tức là cái mặt nạ này hôm nay thì nó là một cái mặt nạ của mình. Tức là các bạn nhớ nhé, cái co-crimine color gel mask đó là hot mask, tức là cái mặt nạ nóng. Vì nó là giảm mặt nạ nóng cho nên các bạn sẽ hỗ trợ cho những khách không xong laser được chứ nào. Hoặc là những khách sử dụng vào mùa đông thì người ta cảm nhận được cái bột kén đó nó sẽ phát huyết quả trên da. Còn cái beauty sakura treatment đó là da cooling mask, tức là mặt nạ mát, mặt nạ lạnh cho nên nó sẽ được sử dụng sau nhiệt. Ví dụ như sau laser hoặc là sau sensitive skin, những cái làn da mà bị allergy đó thì người ta sử dụng cái beauty sakura treatment là rất là phù hợp. Thì làm nó sẽ khác nhau là ở điểm đó thôi. Cái thứ hai là nếu các bạn mà những người da trẻ thì người ta dùng co-crimine mask. Còn những người nào mà older hơn, nhiều nếp nhan hơn, người ta muốn năn cơ tốt hơn thì các bạn sử dụng beauty sakura treatment. Đấy, em nói khác hơn. Người, người ta có nhiều người ta, người ta không đi, người ta cần cắt lạ. Nhiều dự án. Nhiều dự án, nó sẽ dùng dành cho. Sabe, nhưng vẫn là nhiều ít thì mình sẽ dùng dạy lệnh giúp. Cái nhau này v some của anh đã là phù hợp. Mình, vô cản you. Bây giờ chúng ta có thể sử dạy lạ. Cái thì chỉ nhà, cô ấy sẽ dùng dạy lạ. Giờ. Cái thì cô ấy sẽ dùng dạy lạ đầu bình tối cùng. Ăn cơ thể n déy đo. an von der Kunde. Also ich kann jetzt zum Beispiel bei ihr auch sehen, dass momentan die Haut auch feuchtigkeitsarm ist. Also gerade hier im Wangenbereich und hier ist die Haut eher mit größeren auch ein bisschen unrein. Die Haut fühlt sich auch etwas rau an an der Nase. Sie hat auch hier so ein bisschen unreinheiten, also ein bisschen unreine Haut. Tức là ở phía phần trên chán của chị, da trong này sẽ được sạch. Also Sie hat die perfekte Haut für diese Behandlung. Về đại thể thì chị này có cái làn da mà rất là chuẩn để mà chúng ta sẽ... weil diese Sakura behandlung feuchtigkeit spendet, aber auch gleichzeitig die Poren verfeinert und die Haut erfrischt. Về cái phương pháp gói Sakura này thì trước hết là nó làm cho cái da nó tăng độ ẩm. Thứ hai nữa là làm cho cái da nó được tươi sáng lên. Tức là ở Đức chúng tôi trước hết là chúng tôi khi làm cái động tác như kiểu mời chào khách hàng đầu tiên. Trước hết là chúng tôi dùng cái khăn ẩm. Hoặc là nếu cái trời mà nó nóng thì chúng tôi dùng cái khăn lạnh. Das ist eine einstimmung auf die Behandlung. Und bei dieser Behandlung wird auch der Fokus auf die Massage auch gelegt. Das ist eine entspannende Behandlung. Tức là ở Đức chúng tôi thường là người ta tập trung vào cái khâu mà cuối cùng là cái khâu làm mặt nạ. So, als erstes Produkt verwenden wir dann das Detox Cleansing Gel. Bước đầu tiên là chúng ta dùng cái kem Detox này. Bọt nhỏ, bọt dịu. Und wird dann auch die ganze Haut aufgetragen. Và nó sẽ được bôi hết tất cả các phần da mà chúng ta cần phải điều trị. Und dann mit Reinigungsgriffen. Và nó sẽ tiếp tục làm sạch. Và sẽ thấm sâu vào. Es gibt von Malu Vils auch noch den Gentle Cleansing Foam. Kennen die Damen den Reinigungschaum? Tức là ở Malu Vils này nó sẽ có cái loại kem wie heißt? Gentle Cleansing Foam. Ah, Gentle Cleansing Foam. Không để các bạn có biết cái gì. Ja? Ok. Der Gentle Cleansing Foam ist speziell für ölige Haut, unreine Haut. Cái loại kem Cleansing Foam này là nó đặc biệt dùng cho các loại da mà họ không được tẩy sạch hoàn toàn. Và cái loại da mà có nhiều dầu. Und dann haben wir noch eine andere Reinigung wie Soft Cleansing Milk. Und die ist eher für trockene Haut geeignet. Và ngoài da chúng tôi còn có cái loại sản phẩm khác mà nó dùng cho loại da khô. Wie heißt diese? Soft Cleansing Milk. Soft Cleansing Milk. Tức là loại Sữa Cleansing. Mà loại sop lại mềm. Dùng cho các loại da mà khô. Und wenn man jetzt die hände noch etwas mit Wasser feucht macht. Und nochmal. Dann schäumt das Reinigungsgel richtig gut. Nếu như mà chúng ta thấy, cảm thấy tay mà vẫn còn một chút mà gọi là nước mà ẩm. Thì chứng tỏ là cái lượng lượng chúng ta lấy vừa đủ. Và cái kem mà nó thấm vào đây là rất là tốt. Chúng ta sẽ cảm nhận được ở tay của chúng ta. Und dann wird das Reinigungsgel wieder mit Tüchern abgenommen, sehr gründlich. Và sau đó chúng ta sẽ dùng khăn để lau sạch các cái phần gel mà chúng ta vừa phủ lên da. Tức là cái việc làm sạch da này thì rất là quan trọng. Trong tất cả các cái khâu. Một cái khâu đồng tiên để cái khâu làm sạch nạ. So, und dann der nächste Step. Ist dann das Peeling. Chúng ta sẽ dùng cái Peeling. Da verwenden wir dann das Japanese Beauty Peeling. Chúng ta nhìn thấy đây là cái tip mà dùng Peeling Nhật Bản, Japanese Peeling. Chúng ta nhìn thấy cái sắc của cái Peeling. Chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Und man kann das Peeling auch um die Augen, also nah an die Augen auftragen. Das ist kein Problem. Chúng ta có thể là bôi cái Peeling này nó thể sát. Cái phần mắt này sẽ không gây tổn hại gì đâu. Und man sieht jetzt auch schon, dass die Haut viel viel feiner wird. Viel viel heller. Und auch Tiefen gereinigt. Các bạn nhìn thấy bây giờ cái làn da này đã khác rồi. Tức là nó có vẻ là sạch lên rất nhiều. Và có thể sáng lên. Sáng lên. Và chúng ta nhìn thấy là các cái chất liệu chúng ta đưa vào là nó đã được thấm tương đối sâu rồi. Vâng. Trong mặt da nó sáng lên so với ban đầu. Und die Haut wird auch durch das Japanese Peeling nicht ausgetrocknet. Das ist auch wichtig. Also man kann das Peeling auch bei einer trockenen Haut sehr gut anwenden. Tức là chúng ta sẽ thấy rằng là cái điều quan trọng nhất là đối với cái Peeling Japan kiểu Nhật Bản kiểu Nhật Bản này. Tức là nó giữ cho da không bị khô lại nữa. Và cái này là điều đặc biệt quan trọng là dùng cho các cái loại da khô. Những người có loại da khô là cái loại để dùng Japanese Peeling này rất là quan trọng, rất là hiệu quả. So. Nach dem Peeling wird dann das Calming Tonic verwendet. Sau khi dùng cái bước Peeling này thì chúng ta sẽ dùng theo cái bước này là cái bước nước cân bằng đấy. Cái nước này chúng ta sẽ bơm vào trong một cái giấy thấm. Khi mà dùng cái này thì là nó sẽ làm cho cái độ pH của da nó trở lại cân bằng rồi. Cái nước Calming Tonic này nó làm cho da nó hoàn toàn trở lại với cái vị thế cân bằng. Và kể cả cho các cái loại da mà có rất là nhiều mẫn cảm. Vâng. Và hay bị có nhiều cái dị ứng. Vâng. 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 Cái màu màu xanh da rời ấy. Màu xanh da trời. Màu xanh da trời là Hydrotonic. Vâng. Vâng. Thì chị phải dùng cái màu xanh da rời là cho cái loại mà da dầu được. Vâng. Vâng. Không ạ. Màu green bà này. Vâng. 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 Hydrotonic is blau. Vâng. Và cây trở lại là một hậu. Vâng. Vâng. Cái loại đấy thì có thể dùng cho tất cả các loại da. Vâng. Und jetzt fühlt die Kundin auch wieder den Duft. Und was wir machen so ein bisschen aromatherapy, das heißt? Tức là bây giờ thì khách hàng chúng ta sẽ ngửi được cái vị hương của nó. Rất là dịu. Thơm, chị Huyen. Rất là dịu. Tưởng ngủ rồi. Rất là dịu. Và bắt đầu nó đang thấm vào. Sáng, sáng hồng mít. Như da em bé rồi. Sắp có em bé, nhưng da như em bé. Bây giờ. So, und jetzt kann man das konzentrat. Richtig schön in die Haut einarbeiten. Auch so ein bisschen einkloppen. Und man, ich spüre schon. Es zieht sofort ein wie ein schwamm. Like a sponge. Tức là ở đây bây giờ chúng ta có thể làm các động tác vỗ nhẹ lên mặt da của họ ấy. Vâng. Tôi có cảm tưởng là cái da của chị nó hút như là cái tấm sốt ấy. Schwamm là cái bọc biển. Bọc biển. Ờ, nó như cái bọc biển nó đang hút. Bây giờ người ta sẽ dùng Aquamarine này là dùng cho cái vùng mắt. Und in der behandlung verwende ich Aquamarine auch als lippenpflege. Tức là ở đây người ta cũng có thể dùng để cho môi. Môi. Ah, dùng Lip & Stiff. Tức là nó dùng để xóa môi. Môi. Môi, đấy. Thật nhau. Dùng cả môi. So, und dann kann ich mit der massage. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào cái giai đoạn là massage. Môi Geninação. Môi, đấy, dùng commission sauer. Môi, đấy. Môi. Y ease, đó. Môi, đấy. Môi. I absence, ơn。 Môi, đấy. Und nãy giúp mìnhmotor. Ja. very môi. Môi. Môi Taisho giùn, cũng có thể tiểu cho môi, surtout We esc yön b Dar like pane sốt suff n지, debido em Buffalo. Môi. Ja tôi thật lại gầy từ nước. And nước sốt cho môi l certainly. Môi cloud sốt cho môi. Und ich mache jetzt meine klassische Gesichtsmassage. Wie lange dauert immer hier bei einer Gesichtsbehandlung eine Massage? Das würde mich interessieren. Ich bin sehr interessiert. Wie lange dauert man die Massage in Vietnam? Wie lange dauert man die Massage? 15-20 Minuten. Okay, das ist auch in Deutschland. Normalerweise die Massage dauert 1 Stunde. Normalerweise, nach der Massage, wir machen Extraction. Du kannst es, dann ist es 1.5 Stunde. Ja. Aber ohne Massage ist es 1 Stunde. Ja, in Deutschland, in Deutschland, wir müssen in Deutschland, wir müssen in die Massage machen, die in die Massage sehr interessiert. In Deutschland, in Deutschland, die noch 1 Stunde, oder 1 Stunde. Das ist 1 Stunde. Es ist nur 1 Stunde. Das ist eine Massage. Das ist eine Massage. Also eine Entspannungsbehandlung. Deswegen sollte man sich schon auch viel Zeit für die Massage nehmen. Also mindestens schon auch 20 Minuten. Ja. Und die Massage Lotion, die wird jetzt von der Haut auch aufgenommen, also die Massage Lotion zieht auch in die Haut ein. Blick die Haut mit Zink und Koffein. Tức là, die Massage Lotion này, nó cũng sẽ thấm sâu vào trong da. Die Massage Lotion wirkt jetzt auch straffend auf die Haut. Ich kann die Massage Lotion aber auch bei jüngeren Kundinnen anwenden. Cái tác dụng của Massage Lotion này, nó làm cho da nó căng. Nhưng mà thậm chí là, mặc dù vậy, người ta cũng có thể dùng cho đối với các khách hàng trẻ, nữ trẻ, thanh niên. Also man kann sie sehr ergibig, die Massage Lotion, man braucht ganz wenig Produkt, man kann sehr lange damit massieren. Und man sieht auch schon wie die Haut sich schön beruhigt. Also die Massage Lotion ist ja ohne duft und konservierungsstoffe. Die Massage Lotion ist ja ohne duft und konservierungsstoffe. Gibt es in Vietnam viele Kunden die allergisch sind oder empfindlich? Ở Vietnam, mình có rất nhiều bệnh nhân mà người ta bị dĩ ứng. Hay là da, người ta bận cảm. Almost, almost. Yes, almost. Because some of the hair allergies or sensitive skin always. Yes, always. Because they use cosmetic, it's not good quality. China, Thailand. And special that someone like whitening. You acid a lot on skin. Okay. Những cái mà làm sạch, những cái mà nó tồn lại dính ở da. Und dann. So, und dann bereite ich. Stephanie, brauchst du jetzt so lautwarmes Wasser? Ja, jetzt brauche ich lauwarmes Wasser. Aber. Aber. Okay. Gleich. Wie viel Temperatur ungefähr für das Wasser? 60? Nein, nicht zu warm. 50? 30. 30. Ja. Heute hier bei uns 37 Grad. Ja. So. Jetzt kann ich die Augenpflege auftragen. das Aquamarine Augengil. Em có phải nữa nè, không nè. Chị, trước khi chúng ta thấy, chúng ta thấy là chị dùng cái Aquarine, bôi vào cái phần mắt. Mắt, nè. Darf ich die maske über ihre Augen machen komplett? Chị hỏi cái chị bệnh nhân, em này tên là gì nhé? Ja, chị Duyên. Chị Duyên. Chị có được phép làm cái mặt nạ che cả phần mắt chị không? Được. Ja, okay. Ja, okay. Chị sẽ để cái phần miệng, chống, để cho miệng, không bôi miệng, chỉ như bôi miệng. 3. Möchte Klaas Lip Balm? Best Seller. Best Seller. 300. Best Seller every month. Wow. Ja, really. That's amazing. Yeah. So wie Honig auf den Lippen. Es schmeckt nach Vanille. Tức là in der hier hat es ein vị von Vanille. Aber es ist wie ein Malt-Ong, bau lên môi. Ok, dann wischen wir jetzt die Maske zusammen. Und bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị Khao làm cho Mặt nạng. Und hier ist ein spezieller Messbecher mit dabei. Ở đây chúng ta sẽ dùng 1 cái cốc đỏ. Und dann einmal noch bis zur Hälfte. Ja, còn 1 nửa cái cốc này nữa. Cốc rưỡi. Und dann mischen wir 60ml Wasser hinzu. Và chúng ta sẽ đổ vào đây là 60ml nước. Ít nước vào thôi. Ok, und dann verteilen. Và sau đó là chúng ta quấy lên. Bis eine konsistenz entsteht, die wie Honig ist. Also immer langsam das Wasser hinzu geben, nicht auf einmal. Tức là chúng ta luôn luôn là cho từng nhiều lần. Mỗi lần ít thôi, đừng cho 1 lần. Und jetzt muss man schnell arbeiten. Sonst ist die Maske zu schnell abgebunden. Also wird sie zu schnell fest. Bây giờ chúng ta phải làm việc rất là khẩn trương. Làm thực nhanh. Bởi vì nếu không thì cái mặt nạ này nó đông đặc lại. Cô lạ mất. Ok, und auch wichtig an großen spatel. So wie ich ihn habe verwenden. Tức là chúng ta phải dùng cái ngoáy rất là mạnh. Tức là cái của người ta là... Các em để ý. Đấy là 1 cái tiểu sản. Tức là để cho khách hàng nhìn thấy. Để cho họ yên tâm. Chị không nói ra nhưng mà anh hiểu là cái ý của họ. Là bao giờ cho khách là nhìn thấy cái sản phẩm họ. Nó sẽ trải đến mắt mắt. Em đóng mắt lại nhé. Đóng mắt lại. Cái này không phải hiểu mắt đâu. Nhưng mà để cho... Und jetzt gibt man die Maske. Hier auch das... Man sagt auch das dritte Auge. Người ta sẽ... Dổ vào cái mắt thứ 3. Như người ta nói. Zuerst auf die Gesichtsmitte. Zuerst auf die Gesichtsmitte. Und dann vanteilt man die Maske. Von der Gesichtsmitte nach außen. Và từ cái phần giữa đấy. Người ta bắt đầu xoa ra dần phía 2 bên. Immer zuerst auf die mitte auftragen. So. Chúng ta luôn luôn là bắt đầu... Bắt đầu từ cái phần giữa của mắt. Khi mà chúng ta đổ cái vật liệu vào giữa mặt. Thì cái phần giữa mặt thì là cái... Nguyên vật liệu này nó sẽ tự động. Nó sẽ chảy ra cái phần biên. Nên chúng ta phải luôn luôn bắt đầu từ chính giữa. Giữa của phần mặt. Und dann auch hier auf das kin. Sau đó là chúng ta đến cái phần cằm. Nhưng mà bạn kia bạn ấy lại pha nước. Không ám lắm. Với lại nó chọc bay. Thì ra nó vốn cục. Của chị Lan không đẹp như thế này. Của chị Lan nó bị lồi lỗn. Hôm trước cũng... Auch schön auf die Stirn auftragen. Chúng ta chú ý luôn cả cái phần chán này. Phần chán này là cái phần chúng ta cần phải lưu ý nữa. Tức là cũng phải bôi đầy đủ. Và làm cho phần miet. Und dann auch lưu ý. Und dann auch lưu ý. Học lính dưỡu ý. Và chúng ta làm thêm khám đau phần của cô. Phần chén của cô. Und là lưu ý. Hvor lưu ý. Hvor lưu ý. Den nächsten Tag bây giờ lưu ý. Há ha ha. Morgen, oder? Ja. Bây giờ rồi. Mình lưu ý luôn. Ja, mình mà mình là lưu ý. Und für das Décolleté ist es auch wichtig eine Pflege zu verwenden. Da verwenden wir jetzt die Firming Décolleté Cream. Die Pflege des Décolletés ist auch sehr wichtig, weil das Décolleté auch oft der Sonne ausgesetzt ist und hier auch gerne linchen und fälchen entstehen. Und für uns Frauen ist es eben auch wichtig ein schönes Décolleté. Die Pflege des Décolletés ist auch sehr wichtig. Die Pflege des Décolletés ist auch sehr wichtig. Und wenn man jetzt die Maske anfasst, darf jeder auch mal anfassen. Wenn man jetzt nichts mehr auf den Händen hat, hat sie abgebunden. Das heißt, sie wirkt und ja, wirkt jetzt schön kühlend. Man spürt auch wenn man jetzt anfasst, dass es sehr schön kühl ist. Ja. 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 All sec Boom. écチャンネル Zeug uns das nach practices. Nochmal. Weil man es hat? Ja. Und die E-Massage. Und Sie wollen auch die Detox-Skin-Care-Range? Ja, ja. Sie haben bereits die Produkte Detox-Intensiv für Kunden. Ja, die Creme-Eye-Creme-Concentrate und Eye-Creme. Ja. Ja. So, dann? Ja. We remove the mask. You can easily remove the mask from the hair. Ja. It's not a problem. Ja. 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 Und jetzt hier kann ich klarbe Vestig. Ja. Und ihr könnt auch sehen, dass die Pores sind einfache und die Blacke sind entfernt und die Blacke sind entfernt. und es ist sehr klar. Ja, das ist sehr schön. Das ist, dass das die Huchte die Huchte auszudrücken, die ich hatte. Sie hat sich die Huchte auszudrücken. Das ist die Huchte auszudrücken, die ich in der Zeit fühle mich. Und dann fühle mich sie sich wieder aufzudrücken. Aber ich habe die Huchte auszudrücken, die sich nicht aufzudrücken. Und jetzt habe ich nur den Rest des Masks, nicht der ganze Masks. Weil die Huchte jetzt auf der Haut. Ich nehme die resten hier, und dann nehme ich die letzte Haare. Das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Und sie ist schüttet. Und das ist schön. Es ist auch eine Stunde. Und sie ist schüttet. Dann habe ich die Aquamarine gel wieder. Eine Pumpe ist genug für die Wohlfohlen. Das ist normalerweise ein Stück, oder? Ja, es ist nur eine Stunde. Ja, das klappt. Ich habe das eine Certificatum gemacht. Wenn ich den Städchen aus, ich habe das nennen, dann kann ich den Städchen für Ihre Ausführung. Ich habe das, aber ich habe es sehr gut. Wenn ich den Städchen gerne besuche, wie auch das. Ja, ich habe das zu machen. Ja, die sind noch nicht. Es reicht. ich habe die Hau für tun ich kann mich nur ich weiß, ich weiß noch nicht ich weiß, ich weiß nicht ich weiß, dass wir die裡 nicht glaub ich doch, wir haben die Nachbarn wenn wir die Nachbarn haben, wir haben wir die Nachbarn dass wir hier noch mal haben wir das Wir haben die Nachbarn die Nachbarn die Nachbarn ich kann mitgegen die Nachbarn die Nachbarn oder? Und wie fühlst du? Wie fühlst du dich? Ich liebe dich. Ich denke, sie fühlt sich sehr gut. Sie fühlt sich sehr gut. Sie fühlt sich sehr klar. Ja, sehr klar. Ich bin ein ganzes Geist. Sie fühlt sich jetzt anschließend. Ich bin ein kleinesis. Ich bin ein kleinesis, ich bin meine Mئe. Ich bin dein kleinesis, also schauble. Ich bin ein kleinesis und dein kleinesis. Ich bin ein kleinesis.